Hallo, und weiter geht's bei How to be a God. Ja, den finde ich, aber was hilft das? Ich habe keine Ahnung, wo ich Arata und Romata finden kann. Woran verdammt? His address. 8 Coppersmith Street. Walk through the northern gates and turn left. That house was the property of Romara. Didn't Don Prani tell you about it? Ich glaube nicht. Ich erinnere mich nicht. It's strange, but I don't remember either. Okay, good luck to you. See you later. Wartet, warum helft ihr mir? I? Help you? Oh, yes. You know, I'm very interested in you. It's vital that you stay alive and finish what you started. Wie meint ihr das? Think about it. Wartet, wo geht ihr hin, verdammt? Er mag anscheinend zu fluchen, aber der eine Typ hier, der gefällt mir irgendwie. Der rockt. So, level up. Was könnte ich jetzt? Gesundheit. Ausdauer gebe ich nochmal 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 einen Punkt rein und... Diplomatie brauche ich nicht so... Nehme ich nochmal ein. Gesundheit und natürlich schwache Waffe weiter hin. Und dann folgen wir doch mal dem... Die dort... Die sind noch drin. Neh, wir sind jetzt schon wieder Wölfe. Oh, neh, Leute. Lasst mich in Ruhe. So, ich rede jetzt erstmal mit dem. Wer bist du? Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Don't disturb mich! Okay. Und was macht ihr hier? Allein in der verlassenen Mühle? Benötigt ihr vielleicht Hilfe? Actually, I'm hiding here. Yes, I can use your help. I live in the village nearby. Bandits attacked us recently. Some people were killed. Some were sold to monks. It was horrible. I was the only one who managed to hide. And now I seek revenge. But I hurt my leg when I ran away from the bandits. And now I can't do anything. Hm. Und wie kann ich euch helfen? Sagt es mir und ich will sehen, was ich tun kann. You will help me? Really? Great! Kill all the bandits and I reward you. I took some valuables with me when I was leaving the village. And I'll gladly share them with you. Just help me to deal with the bandits. Ja, cool. Wenn der was für mich hat, dann helfe ich dem natürlich auch. Gut, ich versuche euch zu helfen. Ich glaube, ich kann sie erledigen. Und. Und. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Mühle. Hier war ja angeblich irgendwas. Was mir helfen soll. Die Würfel, die bleiben auch draußen. Das ist gut. Ja, das hilft mir doch schon viel weiter. Mit dem Schild, Ausrüstung. Sehr gut. Felix ist jetzt ein bisschen. Was gibt der? Das liegt der mir hin. Die Hölfe hauen jetzt wieder ab. Das wird ja immer besser. Kommt der jetzt auch? Ah, ne. Der kommt wieder. Das geht schon. Oh, was kommt da denn, wenn mein Zeug angeht. Was ist das? Blutegel. Das greift ganz schön oft an von meiner Griffe. Und mir hat 400 Windfläge. Ich esse erstmal was. Heute. Ich bin mir ganz ruhig ernt. Und. Ja, jetzt bin ich hier voll. Warte, wie das Ding hereinhaut. Hoffentlich gibt es hier nicht noch mehr davon. Ja, jetzt ist es weg. Endlich. Das ist schlimmer als alles, was ich vorher getroffen habe. Bin ich überhaupt? Okay, aus dem Mönchlager bin ich raus. Und das niedergebrannte Dorf ist anscheinend das von den Banditen. Und dann habe ich erstmal gekonnt verfehlt. Der hat aber auch mal einen Wolfspelz dabei. Ein Mönch. Ja, ich habe erstmal volle Ladung kassiert. Ja, der hat dann ein Schwert dabei. Aber ich komme ganz gut mit meinem zurecht. Den war ich ja mit Zweihänden irgendwann an seiner Kampfweise erkennen konnte. Und. Ist nicht schon mein Ding ohne Verteidigung. Auch wenn ich gerade nicht so gut plocke. So. Der Wolf ist auch noch da. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Klima in meinem Lug. So, der. Den habe ich. Was? Den habe ich schon. Okay. Und hat der noch was? Okay. Noch mal was essen. Stimmt ja bestimmt auf dem Weg noch genug. Und weiter zum Dorf. Ich laufe hier mal direkt durch den Wald. Und kürzesten Weg gehen. Und da ist schon wieder irgendwo. Ich sehe ihn. Da. Da. Ich möchte die Mönch. Warte. So. Wo ist jetzt die Welt nach der Tür? Ich habe die schon gesehen. Ich sehe die schon wirklich. So. Jetzt. Zum Schlag. Das ist die Mönch. Die haben wieder relativ wenig Leben. Die haben ein Viertel von dem Leben. Was diese komische Parasiter vor uns hatte. Dieses Blutegel. Oh Mann. Das war echt Hammer. Dann geht es weiter. Ja. Komm mal her. Komm. Der kommt gleich nach. Ich stelle mich mal hinter den Baum. Damit die ein bisschen näher rankommen. Und dann schalte ich nach dem. Und dann schalte ich nach dem. Sehr gut. Jetzt aber. Oh das ist der Anführer. Vielleicht. Yeah. Ich greife dich gegenseitig an. Ja. Dann mache ich jetzt erstmal den hier platt. Da habe ich freie Bahn. Und die. Spielen wir auch ein bisschen rum. So. Und. Ah. Meine Klinge ist voll. Das heißt. Ich bin in so einer Art Blutrausch. Und mache extrem viel Schaden. Und der ist auch schon weg. Ich bin auch schon fast weg. So. Was hatte der denn dabei? Sehr gut. Das war dann wahrscheinlich auch schon der Härteste von allen. Und hier noch die paar Überbleibsel. An den Leuten einsammeln. Und da hinten sind noch drei. Die dürfen aber nicht das Problem sein. Einfach nur ein bisschen rangehen. Die stecken gut rein. Ja da sind die ersten schon wieder weg. Der Wolf ist auch schon platt. Jetzt sind noch der Letzte. Und jetzt ist der Quest anscheinend fertig. So. Ist hier noch irgendwas? Ich sammle mal die Leute hier noch rein. Ich sammle sie ein. Und ansonsten scheint ja aber nichts zu sein. In dem Haus hier. Oh ne. Das ist nicht mehr zu übertreten. Das ist echt hier abgefackelt. Abgefackelt. Dann gebe ich mal die Quest ab. So. Was sagst du? Ich hab's alle platt gemacht. Any news? Habt ihr mit den Bastards? Na klar. Sie sind tot. Great. Jetzt kann ich zumindest nicht Angst haben für mein Leben. Geh das, wie wir uns entschieden haben. Schrecklich. Hab ich hier noch irgendwas im Museen? Scheint nicht so. Anlegen kann ich auch nicht. Dann esse ich mal noch was. Dann war's das auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. H2BGOT. Ciao.